Ripple könnte nun tatsächlich noch über 40 Milliarden Token burnen, auch dieses Gerücht hatte David Schwarz so ein bisschen mit ins Rollen gebracht vor einigen Wochen, ich glaube sogar Monaten, dass diese Möglichkeit bestünde, ob das nun wirklich so kommt, werden wir im Endeffekt sehen. Langfristig gesehen ist für mich XRP ein absolut gutes Investment, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, für sich analysieren, ob er in diese Kryptowährung einsteigen möchte oder investieren möchte. Dieser Wert oder diese Token 40,7 Milliarden hätten einen Gesamtwert von 23,6 Milliarden US-Dollar und man hat das auch im Fall Binance gesehen, im BNB Coin, die da schon mehrere Burns hinter sich haben und das hat zumindest theoretisch den Preis auch immer weiter in die Höhe getrieben, natürlich Nachfrage, Anzahl der Coins oder Angebot.